ja einfach nur so sowas frag ich nicht du bist ja ich hab den namen extra beim stream sogar nicht erwähnt weil wir es ein bisschen peinlich ist auf einmal geschrieben zu sagen das war mir echt ein bisschen peinlich was zu sagen wir haben es ja nicht gehört ich habe den kurz rumgeschaltet wissen wir nicht hören wie der name war mal gucken ob hier ein gigantosaurus gleich ist aber gut zu wissen dass gigantosaurus herausgenommen werden dann naja weiß ich nicht sollen wir uns noch ein themen laguna überhaupt dann oh gott so willkommen beim stream der zukunft sind gerade ach man das spiel macht mir richtig bock hier hast du jetzt eigentlich schon auch wieder geguckt dass du dein gps bauen konntest ah ok ja ich hab gedacht ich freu mal nach deswegen dort schlug natürlich kann auch ein transponder drin sein wär auch geil wär die scheiße beim transponder müssen wir unbedingt vorsichtig sein dass wir die nicht verlieren das ist dann richtig kacke halt mal da fällt mir ein ich glaube ich brauche mir ein zweites gps könntest du denken warum oder laguna was war da drin oh scheiße ich muss landen gleich habe ich keine ausdauer mehr das würde ich vermeiden ach das war geil das war geil ich finde das alles hi albino willkommen beim stream mal eine frage an euch eigentlich mal die grad zuschauen wie findet ihr ist dass ich eigentlich überhaupt die die jetzt zum stream dazu kommen überhaupt begrüße also jetzt hier wenn jemand wenn eine zahl dazu kommt von wenn ein zuschauer mehr egal ob es einer der ist der registriert ist oder nicht weil das würde mich mal interessieren weil andere streamer sagen zum beispiel das schwachsinn dass du das machst wiederum andere sagen das ist gut würde mich mal bei euch das interessieren gut dann weiß ich darüber auch schon mal bescheid dann weiß ich darüber auch schon mal bescheid auch wieder was positives jetzt los so eine runde absteigen oder sind ja ganz andere gps koordinaten wenn das vorher sieht und nachher mal gucken wie viele medio bären hast du denn noch ach das müsste vielleicht noch reichen um den zu themen wie viele hat der hier noch Mist, Stimburys haben die nicht dabei. Hast du noch irgendwo Stimburys Laguna? Nee, ne? Könnt ihr nur noch im Lager auf mein Schiff nachgucken. Oder ich müsste schnell welche Farben gehen, aber das sind viel zu wenige dann. Egal, fliege ich mit denen erstmal zurück. Ach, äh, den Vogel meinst du? Äh, seht ihr gerade das auch, was ich sehe? Was ist denn das denn für ein Scheiß? Also, das ist Lagunas, äh, Dodo Dufi. Das ist Lagunas, äh, bescheuerter Stegosaurus, der K-K-Karottenkuchen heißt. Auf diese Namen kommt nur Laguna, ganz ehrlich. Auf diese Namen kommt nur Laguna. Und dann auch noch ein, äh, rosa Dodo, ne? Oder war pink? Ach, keine Ahnung. Nee, rosa. Sieht schon bescheuert aus. Ach, diesen... Meinst du Don Flamingo, oder was? Oh Gott. Okay. Ach so, ihr meint mein Vogel? Wieso meint ihr mein Vogel? Was hat mein Vogel gemacht? Was hat mein Vogel gemacht? Hat der da Luft rumgeschissen? Kann man eigentlich ein Salto machen? Jaa, nee, geht nicht. Schade. Beziehungsweise Loopings. Mal gucken, wie lange ich brauche, um, äh, Mammut zu tamen. 200 Narkotik? Scheiße. Ich hab zu wenig Narkotik-Pfeile wahrscheinlich. Jaa, das stimmt, das stimmt. Das sieht echt bescheuert aus bei dem Vogel. Aber gut, was... Der... Der... Das sieht so aus, als ob man, äh... Naja, irgendwas im Hintern hätte. Sagen wir's mal so. Irgendwas hat er im Hintern, wenn er läuft. Sagen wir's mal so. Ah, ich hab noch ne Nudelsuppe. Ich hab auch noch was anderes. Ich habe nämlich auch noch Chili-Paste, um die Nudelsuppe noch schön zu verfeinern. Ja, das ist auch gut. Da kann ich dir aber empfehlen, ganz ehrlich, ich habe mal Tomatensuppe mir gemacht und da habe ich schön viel Pfeffer rangejagt. Das war schön pikanter, muss man sagen. Also das war schon eine ganz andere Note. Ja, das kann auch sein. Das ist gut, das gefällt mir. Na, ich habe Spirli-Nudeln, die jage ich immer mit den Suppen noch rein. Ach, sowas. Ja, okay. Ja, Tomaten, Mozzarella, das ist schon sehr, sehr lecker. So, ich glaube, ich lande mal kurz, bevor da hier schon wieder... Ja, und ich täme mir jetzt gleich einen Mammut. Mal gucken, wie lange das dauern wird. Äh, von Knorr kaufe ich nicht so gern, nur wenn 25% extra drin ist, weil die meisten Knorr-Suppen mittlerweile nur noch drei Teller haben. Und das finde ich schon eine richtige Verarsche für so viel Geld. Ne, ich bin nicht zehn Jahre alt. Geil. Oh, da muss ja sehr früh im Stimmbuch gewesen sein damals, ne? Was ist denn das denn? Wann soll ich noch im Stimmbuch gewesen sein? In meinem fünften Lebensjahr, oder wie? Genau, im Kindergarten. Oh, geil. Echt gut. Kommst du in die Schule? Was genau? Kein Schimmer. Kein Schimmer. Verdammt, ich muss das eine Mammut... Oh, wie viele Mammut sind denn hier? Scheiße, ey. Es war vorher nur ein Mammut, jetzt sind es so viele. Dann gehe ich mal nach oben und kuhle ich mal nach, was das für Mammut sind, weil es sind auch weiße Mammuts dabei. Das ist eine weiße Mammut. Ich glaube, ich glaube, das nehme ich mir. Scheiße. Da muss ich ein bisschen drehen. Ich muss wissen, was das ist. Level 1! Weibchen! Das nehme ich. Das nehme ich, ey. Das nehme ich. Aber sowas von... Das ist doch nicht so, du Sau, Alter. Das ist doch echt nicht normal, dieser perverse Sack, ey. Der ist echt nicht normaler Typ. Ne, den Hirsch bestimmt nicht. Das weiße, weibliche Mammut? Ja. Das hole ich mir jetzt gleich. Oh Gott, Laguna, hör'n dir mal auf, immer mit deinem von hinten, ey. Wenn du drauf stehst...